ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Von wo schießt der denn? Ah, da! Ah, jetzt hat er beide mitgenommen. Dich würde ich gerne noch mitnehmen. Ah, fuck. Nicht geschafft. Nee, du musst ihn irgendwie so unterzuzwingen, kurz bevor er wirft. Verhalts in der Hand. Verhalts in der Hand. Schön. So. Kurz bevor er wirft, musste man sie einfach nur anschließen. Oh, hier war auch Snipermonie gewesen. Gut. Äh. Liegt hier noch irgendwas rum? Nee, da liegt nichts. Die haben bestimmt irgendwas fallen lassen. Ja, guck mal hier. Revolver. Shotgun. Ups, die Aufnahme lag gerade ein bisschen. I'm sorry. Snipermonie. Spritzen können wir eine nehmen, dann können wir die... Psst. Oh. So. Gut. Weiter geht's. Jetzt haben wir uns hier durchgekämpft durch die Massen. So. Motherfuckers. Was geht ab? Jetzt werden Türen eingetreten, Bitches. Okay. Hier haben wir cool Werkzeugdinger. So. Okay. Hier. Vielleicht können wir da auch noch was raus holen. Ja, perfekt. So. Da hinter... Kriegen wir auch so gut. So. Dann lasset... Den Hate beginnen. Oh, was ist da noch? Hab ich was vergessen? Nee, spritzen. Gut. Ist hier hinter noch irgendwas? Oh ja, anscheinend relativ viel. Hier haben wir noch... Snipermonition. Noch mehr von dem Hersteller... So, ich weiß gar nicht, wie ich das alles nennen soll. So, gut. Dann... Oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Okay, was haben wir hier? Hier liegt noch was. Shotgun Muni. Nee, Revolver, ja. Da haben wir mehr als genug von. Oh, ii. Was geht jetzt? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das seh ich nicht ein, nein, 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 warte, Moment, Moment, Halt, Stopp. Zwei? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh da rüber. Mir war ja noch nicht einer genervig genug, ne? Jetzt auch noch beide? Wieso zielt er nicht? Oh shit. Oh shit. Nein. Ihr werdet mich nicht kriegen. Alter. Ähm, Bruder, wie kommst du da oben hin? Ähm. Leck mich. Am Arsch. Hier auf. Geh zu, geh zu, geh zu, geh zu. So. Was wollt ihr jetzt tun, hm? Oh, what? Ah, vielleicht könnte ich das so machen. Okay, ich muss die gar nicht abschießen. Ups. Vielleicht. Geht das wirklich so? Moment. Oh mein Gott. Aua! Du Wichser! Oh. Die Dinger sind hier. Ist das irgendwie... Nicht so Swag, oder? Komm schon schneller. Ja. Ähm. Jo, eins haben wir getötet. Ähm. Oh nein. Nicht. Nicht mit mir, Freundchen. h Hi. Nicht mit mir. Alter, der menschen, ist hier. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Aua! Nicht! 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 Äh, es ist jetzt nicht so verlaufen, wie ich es wollte. Gut, wir müssen das Wasser meiden, wenn das kommt. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder gegen beide kämpfen. Gut, wir machen das so. Wenn die beiden kommen, schocken wir sie. Obwohl, ich würde ja gern da drinnen war ja noch relativ viel, deswegen machen wir die einfach mehr. Wir machen das gleich so. Wir freezen beide und sprengen die fünfmal in die Luft. Danach, also ich denke mal mit einem freeze kriegt man ungefähr... Ja, müsste ungefähr reichen, um... So, ein freeze müsste ungefähr reichen, um zweimal die Sprengung hervorzurufen. Das wäre ganz... Das ist auf jeden Fall cool. Das können wir ja schon mal runter machen. Hier liegt ja nur noch die Spritze. Ne, da liegt noch was. Guck mal hier. Eigentlich habe ich immer ein offenes Auge, ne? Die Sniper macht ja auch relativ viel Schaden, deswegen würde ich die mit der Shotgun gleich auch noch verwenden. Aber erstmal wird hier... So. Guck mal hier, da können wir noch ein... So, jetzt haben wir... Shotgun haben wir relativ viel. Wenn wir da jetzt noch irgendwie... Zwei... Okay, jetzt haben wir neun. Fuck. Hätten wir noch einen mehr, dann könnten wir sogar zweimal... Obwohl, nein. Können wir das so? Stimmt. Herstellen. Herstellen. So. Hallo? Gut. Jetzt müssen eigentlich beide müssen zusammenlaufen. Komm. Alter, das ging richtig schnell. Und auf einmal ist es scheinbar eine Tür da. Ja, ja, genau. Das sehe ich genauso, du Spasti. Ich glaube, man hätte die auch anders töten können. Ach, tausend? Warte, da haben wir auch schon eingesammelt, ja. Ähm. Ich habe so ein Gefühl, dass man die auch hätte anders töten können, und zwar indem man die... Ähm. Indem wir hätten die... Dingens benutzen. Ne, diese... Stacheln. Dass die irgendwie aufgespießt wurden. Und so habe ich so ein Gefühl, dass das irgendwie... Ging. Oder geht. Aber so hat das ja jetzt endlich auch funktioniert. Ähm. Shotgun-Monier wäre gar nicht mehr so blöd. Ach nee, das ist alles Revolver hier, ne? Okay, gut. Ja, gut. Dann gucken wir mal, was sich in der nächsten Tür bewegt. Ich habe keinen Bock jetzt noch einen Bossfall zu... ...haben. Ruvik. Ich habe diese Welt erschaffen. Ja, das weiß ich, dass du die Welt erschaffen hast. Deswegen ist sie so hässlich. Ich habe sein Auge gefunden. Ist das, was er meinte? Ähm. Ich darf nicht in die Lichter. Okay. Das ist ja ziemlich ärgerlich, wenn wir relativ weit kommen. Und dann in so ein Licht gehen. Guten... Nur weil ich zu ungeduldig bin, Mann. Tut mir leid, dass ich gerade auf den Tisch gehauen habe. Das war bestimmt ziemlich laut. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Okay, also das ist ziemlich gar nicht mehr so einfach hier. Jetzt geh zurück. Ich bin in die nächste Ecke. Und dann... Jetzt kommen wir... Aber. Und der... Guck mal, hier. Er hat uns lieb. So. Lichter wären erstmal geschafft. Kontrollpunkt. nicht ins licht dank das stimmt ich habe wieder den falschen knopf gedrückt so ihr nervt mich nicht der parkour hier ist schon gut nervig profil rennen 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 ich bin so gut in diesem spiel so gut so die folge ist leider auch schon wieder zu ende die muss leider ein bisschen kürzer deswegen wird die nächste ein bisschen länger ich hoffe ihr versteht das leider gerade was dazwischen gekommen aber bis zum nächsten mal